Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Heute habe ich mal wieder was Spezielles, was ich auch selbst ausprobieren wollte. Und das mache ich jetzt quasi so live, schneide das natürlich hinterher zusammen. Meine Frage heute ist der Raspberry Pi, in meinem Fall hier der P400, ob der sich als Virtualisierungsplattform eignet. Wenn ich jetzt so ein Manjaro auf einer externen SSD installiere, mal gucken. Meine typische Selbstbeweihräucherungsseite, was ich sonst noch so mache und ja, wiederum passend, der letzte Punkt. Ich verwende Raspberry Pis für alle möglichen Zwecke und heute gucke ich mal an, ob sich der auch als Virtualisierungsplattform nutzen lässt. Dann, ich habe dieses Manjaro auf dieser SSD, auf dieser externen SSD installiert. Und das macht wirklich einen gewaltigen Unterschied, ob man jetzt diese interne SD-Karte verwendet oder ein USB-Medium, ein USB-3-Medium, was wirklich schnell ist. Kann auch ein USB-Stick sein. Oder im Falle von so einer externen SSD ist das halt wahnsinnig schnell. Also da liegen wirklich Welten zwischen. Die neueren Versionen von diesem Raspberry Pi OS, die bringen auch eine spezielle Firmware mit, sodass ihr auch wirklich direkt von USB booten könnt. Das gibt es jetzt vielleicht seit ungefähr einem Jahr. So, dann zu dem Manjaro Linux. Manjaro Linux ist eine leichter zugängliche Variante von Arch Linux. Das gibt es eben auch für PCs. Da ist dann ein Installer mit bei, ein grafischer Installer. Und das gibt es in einer Variante auch für den Raspberry Pi. Ich habe das mal ausprobiert. Und da habe ich da geguckt. Unten ist dieser Link, was es da so gibt. Und es gibt direkt eine Version für den Raspberry Pi 4. Und das läuft eben auch auf dem P400 mit dem XFCE Desktop gleich mit dabei. Das Ganze ist eine 64-Bit-Distribution. Also das normale Raspberry Pi OS, was ihr so normalerweise verwendet, ist eben 32-bittig. Gibt auch eine 64-Bit-Version, aber die ist eher nicht so gebräuchlich. Und hier wird eben die CPU komplett ausgenutzt. Das Ganze ist ein Rolling Release. Also ihr bekommt immer neue Software-Versionen, wenn sie halt verfügbar sind. Ja, anders als bei den Debian-basierten Systemen, wo quasi immer bloß Programmpflege gemacht wird. Also da werden dann Sicherheitslücken und kleinere Fehler werden korrigiert. Aber Versionssprünge habt ihr nicht. Das ist eben bei Arch bzw. Manjaro anders. Daher ist auch die Paketverwaltung nicht APT, sondern das heißt einmal Pac-Man. Pac-Man ist für die Pakete, die es schon in vollkompilierter Form gibt. Die könnt ihr einfach so installieren, die Pakete, über den Pac-Man-Paketverwalter. Und dann gibt es eben auch noch verschiedene Paketverwaltungssysteme, die Quelltexte herunterladen, nach einem Rezept kompilieren und dann installieren. Da kommen wir nachher auch nochmal ein bisschen zu, was das so insgesamt macht. Und dort werde ich in einem späteren Zeitpunkt dieses J verwenden. Ja, was habe ich diesmal eigentlich vor? Ist eigentlich mehr so eine Art Spaßprojekt, sagen wir es mal so. Als ich dieses einmal Linux-Video gemacht habe, was ich auf dem Raspberry Pi installiert habe, auch wieder auf Next-Time SSD, da habe ich dann geguckt, was man damit noch so machen könnte. Und dann habe ich halt gesehen, ja, man kann diesen Wirt-Manager installieren und damit kann man halt virtualisieren. Und dann dachte ich, naja, Virtualisierung auf so einem Pi oder so, das klappt ja nie. Oder wenn bloß so, grotte ich langsam, dass sich das nicht lohnt. Ich habe es aber geschafft, auf dem Alma Linux ein Debian ARM64 zu installieren. Also direkt da als virtuelle Maschine da drin, fuhr auch hoch und das Ganze lief eigentlich ganz gut, bis darauf, dass ich keine grafische Oberfläche hatte. Das kann aber auch daran liegen, dass ich die virtuelle Maschine nicht richtig konfiguriert habe. Ich hatte eine serielle Konsole, wo ich zwar ja so einen Textmodus hatte, aber eben keine grafische Oberfläche. Da die Version unter dem Alma Linux aber eh schon richtig gut abgehangen war, also wer jetzt Debian Stable zu aktuell findet, findet in Alma Linux was, wo es weniger hektisch zugeht mit den Versionsnummern. Und das war relativ alt. Von daher habe ich eben auch geguckt, was gibt es noch für Distributionen und bin dann eben bei Manjaro hängen geblieben. Dann möchte ich dieses Mal in dem Manjaro KVM und den Wirt Manager installieren. Und es fehlen leider EFI-Firmware-Dateien, die gebraucht werden, um darin so ein ISO zu booten. Die habe ich mir jetzt aus Debian besorgt. Da habe ich mir das Paket von Debian runtergeladen, habe das entpackt und diese Dateien, die schmeiße ich einfach in das Manjaro rein, an die richtige Stelle. Und dann bootet das Ganze. Dann werde ich mir dieses Debian 11 ARM64, nicht ARM64, sondern ARM64 Boot-Image herunterladen in der Netzwerk-Installations-Variante, die ist NetInst, und werde das da drin installieren und das eben auch mit grafischer Oberfläche. Mir ist es schon einmal gelungen, das habe ich wirklich ausprobiert, sonst hätte ich dieses Video nicht gemacht. Und das werde ich versuchen, nochmal wieder so nachzustellen. Was anderes, was ich gesehen habe, was ich aber noch nie ausprobiert habe, ist ein Emulator. Also der emuliert euch eine x86 CPU, also so eine normale PC-CPU. Da gibt es Box 64 für 64-Bit-CPUs und Box 32 für 32-Bit-CPUs. Das Ding werde ich auch installieren und dann lade ich mir den Firefox in der AMD 64-Bit-Version herunter und werde den da drin starten. Und zu guter Letzt werde ich mir auch noch den Brave-Browser installieren. Den gibt es allerdings nicht als vorkompiliertes Paket für den Pi. Den gibt es in diesem Arch-User-Repository, Aure. Da werden dann die Quelltexte heruntergeladen, das wird direkt auf dem Pi kompiliert und hinterher installiert. Und das ist wieder der Punkt, wo wir dieses J, was ich am Anfang hatte, was wir wiederum brauchen. Es gibt verschiedene Wege, wie man das damit machen kann, um diese Pakete aus diesem Arch-User-Repository zu installieren. Und das nimmt einem so diese einzelnen Punkte ab. Also das ist quasi wie eine normale Paketinstallation, bloß dass es halt kompiliert wird. Das geht so Richtung wie Gentoo. Da ist das ja auch so. Bei einigen Paketen, Quelltext wird runtergeladen, dann wird so ein Baurezept drüber gejagt, kompiliert, installiert und so weiter ist das auch. Ich habe schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ich habe Verschiedenes recherchiert, aber ich habe es eben nur zu einem gewissen Teil ausprobiert. Darum habe ich dieses Mal so eine Ideen-SH-Datei gemacht und habe da erstmal diese ganzen Ideen reingekippt. Das werde ich wahrscheinlich an einigen Stellen noch anpassen müssen. Also das, was ihr jetzt vielleicht gleich seht, werde ich so nicht umsetzen. Aber das Skript, was ich letztendlich hochlade, das wird das enthalten, was ich denn auch mache. Dann so ein bisschen zur Paketverwaltung unter Arch Linux bzw. Manjaro. Wir haben hier eben den Pac-Man für vorkompilierte Pakete. Da gibt es eben Befehle zum Suchen von verfügbaren Paketen. Das ist ein Pac-Man minus S, großes S, kleines S direkt hinterher und ein Suchwort. Oder ich kann auch in bereits installierten Paketen suchen. Ich kann natürlich Pakete installieren mit dem Parameter minus großes S, Paketname bzw. mehrere Paketnamen. Ich kann die auch wieder entfernen. Ich kann auch nicht mehr benötigte Pakete entfernen lassen. Das ist so wie das apt-Auto-Remove und ich kann das auch noch aktualisieren. Das sind jetzt so die Sachen, die ich zum Teil benutzen werde. Das ist einfach so mein Spickzettel. Und wenn ihr das genauer wissen wollt, dann gibt es hier bei Arch Linux auch eine Wiki-Seite dazu, zu dem Pac-Man. Also das Arch Linux Wiki ist sowieso immer ganz gut. Gut, selbst wenn man kein Arch Linux verwendet, da stehen häufig Konfigurations-Dinge drin, die sich eben auch auf andere Distributionen anwenden lassen. Also hin und wieder, wenn ich was suche, stoße ich auch da drauf und da gibt es sehr häufig sehr gute Erklärungen dazu, wie was geht, wie man was konfigurieren kann. Das ist immer eine feine Sache. Nun mal unabhängig davon. Ja, diese zusätzlichen nicht kompilierten Pakete aus diesem Arch User Repository, die haben diese PK-Bit-Skripte, das was ich vorher Kochrezepte genannt habe, die legen halt fest, von wo was runtergeladen wird, mit welchen Parametern das kompiliert wird und so weiter und so fort. Das kann man eben mit verschiedenen eigenen Wegen machen. Man kann sich mit Git was runterladen und dann ein Paket damit bauen oder man nimmt halt so einen Spezialisten wie hier den J. Und dazu findet ihr eben auch weitere Informationen, auch wiederum in dem Arch Linux Wiki, habe ich euch unten verlinkt. Guckt einfach vorbei, wenn ihr das genauer wissen wollt. Damit ihr auch nachher sehen könnt, dass ich da mit dem Wirt-Manager irgendwas mache, habe ich diesmal nicht wieder die Capture-Karte angeschlossen, sondern mal was anderes quasi wieder ausgegraben, was ich so in den grauen Vorzeiten meiner Linux-Karriere mal verwendet habe, bin ich wieder drauf gestoßen. Das Ganze heißt XDMCP. Das ist ein Protokoll, was quasi aus der Urzeit von dem X11-Protokoll, was es schon vor Linux gab auf Unix-Rechnern, das gibt es immer noch und damit hat man damals ja Terminals, grafische Terminals angebunden und das geht eben immer noch. Das ist sehr performant, wenn man ein schnelles Netzwerk hat, ich habe jetzt Gigabit, das funktioniert wunderbar. Also man hat auch keine Kompressions-Artefakte drin, es gibt nämlich keine Kompression dabei und man kann das Ganze auch immer noch aktivieren. Also ich kann unter Lite-DM diese XDMCP-Server in diesem Abschnitt einfach Enable gleich True setzen, starte ihn einmal neu und schon kann ich mich darauf verbinden. Mit X-Nest zum Beispiel. X-Nest startet mir einen weiteren X-Server, also X-Server, also das ist umgedreht, mit einem Server greife ich auf das System zu. Das ist das, was ich auf meinem Client starte, also auf dem Rechner, vor dem ich sitze. Das ist der X-Server und da kann ich eine Verbindung zu meinem Pi denn aufmachen. Da hat hier die 188 am Ende als IP-Adresse, da frage ich denn nach einer neuen XDMCP, muss ich wieder ablesen, Sitzung und dann gebe ich dem Ganzen auch noch so eine Screen-Nummer und dann habe ich da ein Fenster, wo ich meine Sitzung drin habe. Und ich gebe eben auch noch hier so ein Bildformat vor. Ich habe hier so ein 4 zu 3 Format mir ausgedacht, da passt das ganz gut. Also ich sitze ja hier, wo ich sitze und daneben, da wird das dann eingeblendet. Also von daher sieht das vielleicht ein bisschen krumm von den Werten aus, aber das passt ganz gut. So, schauen wir doch mal, was ich mir da so grob überlegt habe. Wiederum geöffnet in CATE. Und das Ganze ist jetzt noch nicht wirklich spruchreif. Das habe ich teilweise mal ausprobiert, teilweise eben auch nicht. Also es ist einfach jetzt so eine Sammlung mit Dingen, die ich mal ausprobieren möchte. Was ich schon mal geguckt habe, ist, welche Pakete ich brauche, damit ich QEMU und den Wertmanager mit drin habe. Ein paar Abhängigkeiten dazu, die man auch noch brauchen könnte. Das Ganze installiere ich jetzt einfach mal mit dem Pac-Man hier und dann habe ich diese Pakete drauf, mit denen ich den Wertmanager verwenden kann. Das Ganze muss auch noch aktiviert werden, damit dieser Service für LibWirt, womit der Wertmanager letztendlich spricht, auch gestartet und aktiviert wird. Muss ich das hier noch machen und bei jedem Hochfahren wird es eben durch das Enable auch wiederum aktiviert. Also Start startet sofort. Enable sorgt dafür, dass es bei jedem Hochfahren auch wieder mitkommt. Diese EFI-Firmware, die leider fehlt, die habe ich eben aus diesem Debian-Paket genommen und die Dateien entpackt und dann habe ich das Ganze wieder eingepackt als Target-Set-Datei und die lade ich dann einfach von meiner Seite, wo diese Folien auch drauf sind, einfach runter, entpackt das Ganze und dann habe ich die Dateien an der richtigen Stelle. Beim nächsten Punkt, da gebe ich meinen Benutzer-Test, womit ich mich anmelde, das ist ein nicht privilegierter Benutzer, den füge ich noch zur Gruppe LibWirt hinzu, damit er eben den Wertmanager auch benutzen kann, ohne dass ich mich mit Root-Rechten da nochmal anmelden muss, sonst kriege ich so eine Nachfrage an verschiedenen Stellen. Das werde ich damit los. Das mag sein, dass ich das vielleicht sogar wieder rückgängig mache, weil ich vielleicht diese Nachfrage doch noch einmal an der Stelle brauche, muss ich gucken, weiß ich noch nicht. Diese einzelnen Punkte hier habe ich erst mal als Root gemacht. Dann geht es weiter als normaler Benutzer. Ich lade mir denn dieses ARM64-Netzwerk-Installations-ISO vom Debian 11 herunter, dass ich einfach diese ISO-Datei rumliegen habe. Dann starte ich den Wertmanager in meiner grafischen Sitzung, mache ein paar Anpassungen zu dieser virtuellen Maschine. Das mag sein, dass das schon so funktioniert, wie es da steht, ansonsten muss ich nochmal ausprobieren, an welchen Stellen das hakt. Die Konfiguration, die ich bei meinen Tests so vorgesetzt gekriegt habe von dem Wertmanager, die schafft mir keinen grafischen Bildschirm. Dort bin ich halt über so eine serielle Konsole verbunden, die keine Grafik darstellen kann, sondern halt bloß einen Textmodus bringt, wobei da auch nicht so richtig gut funktioniert. Also serielle Konsole, das kennen vielleicht einige von euch von teuren Switchen oder Embedded-Systemen, wo es keine richtige Grafikkarte gibt. Das kann der Wertmanager bzw. KVM auch emulieren. Ja, muss ich nochmal genau gucken. Und dann wiederum als Root installiere ich J. Dafür muss ich erstmal mir hier die Entwicklungswerkzeuge oder dieses Paket zum Entwickeln, wo verschiedene Pakete einfach mal zusammengebündelt sind. Das ist so wie das Build Essential von Debian, ist ja auch so und ich brauche noch ein Git dafür. Dann kann ich mir von dem Aure, also dieses Arch User Repository, dieses J klonen, das ist ein Git Repo, lade ich mir über Git Klon herunter. Dann gehe ich da rein und lasse über dieses Make PKG SRI das Ganze kompilieren und auch installieren. Das ist das erste Mal und das vielleicht einzige Mal, wo ich das quasi so mache, denn hinterher habe ich mein J da und dann kann ich J benutzen. Und noch ein Hinweis zu diesem Arch User Repository, da können eben die Arch Benutzer ihre Sachen hochladen. Das ist jetzt keine Qualitätsüberprüfung hinter oder so, also da kann eine Menge Mist drin sein. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann verwendet das eben nicht. Aber für meine Zwecke wollte ich das jetzt ausprobieren. Und ja, ich werde dir das System wahrscheinlich nie wieder anschließen, nachdem ich dieses Video gemacht habe. Dann zu dem Box 64. Das kann ich jetzt wieder genauso machen wie vorher. Ich habe hier mit Git Klon mir diesen Quelltext geholt. Dann gehe ich ins Projektverzeichnis rein und über diesen Befehl hier lasse ich den Quelltext kompilieren, Paket heraus erstellen und das Ganze auch gleichzeitig noch mit installieren. Alles in einer Zeile. Oder was ich auch gesehen habe, habe ich aber noch nicht ausprobiert, mache ich vielleicht im Video auch nicht, weil ich faul genug bin, das nicht zu tun. Kann man eben auch in zwei Schritten machen. Man kann erstmal dieses Paket erstellen lassen und hinterher über Pac-Man installieren lassen. Kann man auch in zwei Schritten machen, wobei ich die halt quasi verschränkt habe. Wenn das erste, das Paket erstellen funktioniert hat, dann geht es halt mit dem Pac-Man-Kommando weiter. Ansonsten, wenn es dann Fehler gegeben haben sollte, dann wird das auch nicht ausgeführt. Ja, also entweder er macht das hier oder das hier oder was ich wahrscheinlich machen werde, ist, ich werde J bemühen und dann mache ich hier einfach J minus S und dann Box 64. Das sollte aufs selbe hinauslaufen. Damit das Ganze auch funktioniert, muss man dem System hinterher beibringen, wie es mit diesen AMD 64 11 ist dieses ausführbare Dateiformat für Programme. Das ist so wie quasi Excel unter Windows und DOS. Da muss man dem System noch beibringen, dass es eben nicht bloß diese ARM 64 11 Dateien gibt, was ja nativ ist, sondern eben, dass AMD 64 11 Dateien eben auch ausführbar sind, aber nicht alleine, sondern, dass die eben mit dem Box 64 gestartet werden sollen. Dafür brauchen wir jetzt noch diesen Aufruf hier. Ja, dann wiederum lade ich mir was herunter. Dieses Mal lade ich mir den DINUX 64 Bit Firefox herunter. In, ja, jetzt vielleicht schon wieder veralteten Variante. Lade ich halt runter als diese Datei. Dann packe ich das Ganze und schmeiße hinterher das Archiv weg. Und dann werde ich mal gucken, ob sich der 64 Bit Firefox, der eigentlich für einen PC vorhanden ist und kompiliert wurde, ob der sich jetzt auch auf dem Pi 400 ausführen lässt. Und wenn ja, wie schnell? Ja, das ist jetzt hier mein X-Nest. Dort habe ich eben diesen Anmeldemanager, den Lite DM, bloß eben, dass ich da eben nicht meine Capture-Karte verwende, sondern, dass ich halt das über das X-Nest da einbaue, über dieses Protokoll. So, jetzt kann ich mich dort anmelden. So, jetzt habe ich meinen Manjaro Desktop hier mit dem XFCE. Und damit ich auch keinen Unsinn erzähle, dass ich auch wirklich auf so einem ARM-System bin, also wie ihr sehen könnt, Manjaro, dafür ist der Kernel da. Dann haben wir dieses ARCH64, also das ist ARM in der 64 Bit Version und ich befinde mich jetzt halt nativ da drauf. So, dann noch mal ein Tick größer. Dann habe ich hier meine Ideen-SA-Datei schon mal hinterlegt. Nein, nicht LibreOffice. Genau, Mauspad, das klingt auch besser. So. Genau, mache ich den auch noch mal ein bisschen größer. Also insgesamt läuft es ja eigentlich ganz gut über dieses XDMCP-Protokoll. So, ich hole mir jetzt über Pac-Man meine Virtualisierungspakete. Dazu hole ich mir halt Root-Rechte. Kann ich auch mit Sudo machen. Oder wenn ich das halt nicht machen würde, dann würde er mich, glaube ich, auch fragen. So, ich möchte das Ganze jetzt installieren mit diesen NF-Tables da. Das habe ich irgendwo gesehen, dass es wohl eine gute Kombination ist. In meinem Test hat es auch funktioniert. Ich weiß nicht, ob das eine sinnvolle Idee ist. Müsst ihr selbst wissen mal ausprobieren. So, jetzt kriege ich hier auch so eine Übersicht. Das ist quasi so wie bei APT. Folgende Pakete werden installiert. Da gibt es dann halt die mit den Abhängigkeiten. Downloads 144 MB werden runtergeladen. Und nach dem Installieren werden das 939 MB auf der SSD. Und da das Ganze zum Glück eine SSD ist, geht das halt sehr schnell. Wenn ihr jetzt eine schnelle SD-Karte drin hättet, dann könnt ihr wahrscheinlich eine halbe Stunde drauf zählen. Also, ich habe verschiedene SD-Karten ausprobiert und es dauert wirklich ewig. Ja, also von daher ist das eine tolle Sache, wenn man das auf so einer SSD macht. So, jetzt haben wir hier gesehen, der Paketindex ist wahrscheinlich zu alt. Also, das gibt es eben bei Debian auch. Muss ich einmal kurz hier in meinen anderen Spickzettel gucken, wo ich denn da reingeschrieben habe, wie das funktioniert mit dem Paket verwalten. Denn dieser Paketindex, da muss einfach mal aufgefrischt werden. Das hier müsste Befehl sein. Mal gucken, ob das stimmt. Und jetzt lädt es halt die verschiedenen Paketquellenlisten darunter, welche oder vielmehr welche Pakete verfügbar sind und macht auch gleichzeitig noch eine Aktualisierung vom ganzen System. Das System möchte ich eigentlich jetzt gar nicht aktualisieren, sondern ich wollte bloß die aktuellen Listen haben mit den verfügbaren Paketen. Muss ich nochmal gucken. Muss ich nochmal ergänzen in den Folien und so, wie man das wirklich macht. Das war jetzt der Kombi-Befehl, aktualisierte Paketquellenlisten runterladen und auch Aktualisierung machen. Jetzt, zwei MB müssen noch runtergeladen werden. Achso, jetzt wird nochmal geprüft, ob die bereits heruntergeladenen Pakete soweit in Ordnung sind. So, und jetzt läuft halt diese Installation soweit durch. Das Ganze geht ja, finde ich, sehr zügig dafür, dass ich wirklich diesen Pi hier vor mir habe. Ich habe den auch nicht übertaktet. Und da das Ganze eben auf der SSD läuft, hat die auch eine sehr hohe Schreibgeschwindigkeit. Auf so einer normalen SD-Karte dauert das wirklich ewig. Oder wenn man einen USB-Stick dran schließt, der vielleicht nicht so eine hohe Schreibrate hat, dann dauert das eben auch ewig. Jetzt sind wir halt durch. Wir haben jetzt gerade 939 MB Pakete installiert und das einfach mal so. Ja, feine Sache. So, dann wieder zurück ins Mousepad. Genau, ich möchte den Service aktivieren, damit dieser libwirtd immer mitgestartet wird bei jedem Hochfahren. Sonst kann ich damit nicht mit meiner grafischen Oberfläche, mit dem Wirt-Manager kommunizieren. Und ich möchte, dass das auch sofort gemacht wird. Dass da sofort gestartet wird. So, und jetzt kommen wir zu dem Problem mit der fehlenden Firmware. Ja, ich lade die jetzt runter und dann entpacke ich die, damit die Firmware-Dateien an der richtigen Stelle sind. Sonst können wir nachher das ISO nicht verwenden. So, und jetzt noch entpacken. Jawohl, mache ich beide zusammen. Entpacken und hinterher das Archiv wieder wegschmeißen. Ja, ich möchte das einfügen. Eigentlich ein guter Hinweis, denn wer weiß, was ihr euch sonst da installiert, was ihr vielleicht nicht haben wollt. So, und jetzt werden diese Dateien an die richtige Stelle entpackt. Ja, sind halt so, ja, diese Firmware-Dateien drin. Also diese hier, die werden halt gebraucht. Und das hier wird gebraucht. Sonst funktioniert das halt nicht. Und diese EFI-Firmware, die ist hier drin. Ja, das wird alles irgendwie gebraucht, sonst läuft das nicht. So, dann als nächstes hier den normalen Benutzer zu dieser LibWert-Gruppe hinzufügen. Das spare ich mir jetzt einmal. Das verschiebe ich auf später. Und jetzt als normalen Benutzer müsste ich eigentlich hier einen neuen Reiter öffnen können. Und jetzt, genau, habe ich noch nicht gemacht. Jetzt lade ich mir dieses Debian ISO runter in der ARM64-Variante. So, 320 MB. Damit sind wir denn dann dabei. Zum Glück läuft das auch zügig. Also, so eine SSD ist wirklich eine tolle Sache. Also, das beschleunigt das Ganze doch wirklich erheblich, besonders beim Schreiben von irgendwelchen Daten. So, das ISO ist jetzt auch da. Dann, ja, kann ich jetzt schon diesen Wirt-Manager starten. So, muss ich eigentlich eingeben können. Wirt. Genau. So, und das ist eben das. Ich brauche jetzt quasi meine, brauche ich jetzt Wutrechte, damit ich darauf zugreifen kann. Und, ja, da gehe ich mein total super sicheres Passwort ein. Also, für richtige Systeme verwendet auch sichere Passwörter. Für so ein Testkrams, da kann man das auch mal so machen. Aber für Produktivsysteme immer gutes Passwort wählen. So, jetzt gucke ich mal. Neue virtuelle Maschine erstellen. Dann, wenn ich jetzt diese EFI-Firmware nicht hätte, wäre dieser erste Punkt mit ISO-Abbild oder CD-ROM als Installationsmedium wählen. Der wäre ausgegraut. Da habe ich, glaube ich, denn bloß dieses vorhandene Abbild importieren. Das kann ich damit machen. Und Manual Install. Ich glaube, das wäre das Einzige, was ich könnte. Aber, da ich das gemacht habe, ist das jetzt auch so, dass ich da das ISO drin booten kann. Also, es verhält sich quasi wie so ein... Naja, PC ist ja eigentlich... Also, es ist ja kein PC. Aber von der Art her ist es halt so. Und ansonsten könnte man bloß vorgefertigte Dinge machen. Mal gucken. Architekturoption. Genau. Hier habe ich hier Virtualisierung. KVM. Also, es wird irgendwie schon Hardware beschleunigt sein. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen bei der Geschwindigkeit. Und hier kann ich die Architektur auswählen. Das ist jetzt die native Architektur. Aber über QEMU kann ich eben auch andere Architekturen emulieren. Ja, eben 32-Bit-PC, 64-Bit-PC, Power-PC, Alpha und verschiedene andere. MIPS und RISC-V sogar ist auch mit dabei. Spark und was weiß ich alles. Aber das wollen wir gar nicht. Wir wollen quasi das native genauso drauf installieren. In der virtuellen Maschine, wie die CPU unterstützt. So, nächster Schritt. Jetzt mein ISO auswählen. Erstellen da. Das da, oder? Das, also ich benutze das eher selten. Von daher sieht das so ein bisschen verwirrt aus. So, öffnen ist oben. So, genau. Und er hat mir jetzt auch erkannt, es ist ein Debian 11. Die Version von dem LibWirt und dem Wirtmanager und so weiter unter dem Alma-Linux. Der wusste überhaupt nicht, was er mit diesem ISO anfangen sollte. Da musste ich dem ja 9 oder 10 eingeben. Und er erkennt das jetzt sogar schon. So, einmal weiter. Genau. Wollen wir das korrigieren, damit er darauf zugreifen kann, auf das ISO? Also ja, gute Idee. Dann, wie viel Arbeitsspeicher ich dem Gerät geben möchte? Der Pi 400, der hat insgesamt 4 GB Arbeitsspeicher und 4 CPUs. Mit einem Gigabyte RAM für die virtuelle Maschine. Ja, zum einfach mal testen, glaube ich, ist ganz gut. Zwei CPUs, ja warum nicht? So, dann können wir jetzt angeben, wie groß der Datenträger sein soll. Also die virtuelle Festplatte, die dem Debian-Installer vorgegaukelt wird. 20 GB, ja, klingt auch erstmal ordentlich. Das ist in Ordnung. Wir können natürlich auch mehr nehmen. Aber das ist erstmal ein guter Wert, denke ich. Dann haben wir hier noch die Zusammenfassung von diesen einzelnen Komponenten. Dann kann ich hier noch auswählen, was ich als Netzwerktyp haben möchte. Ob ich so ein NAT-Netzwerk haben möchte. Das ist derzeit noch inaktiv. Ich habe leider nicht die Stelle gefunden, wo man es aktiviert. Ja, beim nächsten Start, nachdem ich das einmal den Pi runtergefahren habe, wieder hochgefahren habe, war es wieder inaktiv. Ich habe die Stelle nicht gefunden, wo man es aktiviert. Ich habe auch nichts sinnvolles im Netz gefunden, wo man das wirklich aktivieren kann. War irgendwie blöd, vor allem installiert, aber inaktiv. Und damit war es das irgendwie. Ja, falls ihr noch einen guten Tipp dafür habt, könnt ihr es einfach in die Kommentare schreiben. Ich möchte jetzt auch noch die Konfiguration bearbeiten, bevor die Installation anfängt. Da habe ich mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben und gucken, ob ich die so wiederfinde. So, genau. Er fragt jetzt zu diesem Zeitpunkt nach, das ist inaktiv, ob ich das jetzt starten möchte. Natürlich möchte ich es starten, sonst geht es nicht. So. Und. Ja. Das sieht aber für mich jetzt eher danach aus, als ob es doch schon gestartet ist. Ich glaube, dass es jetzt wiederum, also es hat nicht die Konfiguration gestartet, also das Konfigurieren gestartet. Ich bin jetzt nämlich in diesem Textmodus Installer, der auf der seriellen Konsole ist. Das kann man so ein bisschen daran erkennen, dass es hier auch nicht diese normalen Ecken gibt, sondern dass es halt über Minusse, so ein Schrägstrich, das Pipe-Symbol und wieder Schrägstrich und so ist. Also es sieht da schon nicht so richtig aus. So. Wird eine Maschine herunterfahren? Denn ich möchte das Ganze wirklich umkonfigurieren. Und jetzt sage ich ausschalten, erzwingen. Ja, genau. Datenverlust, kein bisschen schmerzen, es ist noch nichts passiert. Und jetzt muss ich das Ganze einmal umstellen. Einmal meinen Spickzettel auf der linken Seite. Ich möchte jetzt einmal Gerät hinzufügen. Und dort gibt es einmal Video, Video, bin ich schon fast mit der Maus drauf. Und da kann ich verschiedene Geräte auswählen. Also die verschiedene Grafikkarten wohl emulieren. Also so ein VGA-Standard, so ein Frame-Buffer. Das ist irgendwie was mit Beschleunigung, glaube ich. Dann vom Box-Projekt, das ist auch so eine Virtualisierung. Und wird.io. Ich glaube, das nehme ich jetzt mal. Nein, ich nehme jetzt VGA, das habe ich ja schon einmal durchgespielt. Damit hat es funktioniert, also sollte ich dabei auch bleiben. So, dann brauche ich jetzt neben meinem Video auch noch Grafik. Ich meine, es hieß vorher Anzeige. Aber es heißt hier jetzt Grafik. Ich brauche quasi noch so eine Möglichkeit, dass ich auch auf diese virtuelle VGA-Grafikkarte zugreifen kann. Das funktioniert über dieses SPICE-Protokoll. Das ist so eine Spezialität, die es bloß bei KVM und QEMU gibt, die sehr effizient ist und die ich da nutzen kann. Und ich könnte auch einen VNC-Server starten lassen, aber ich nehme halt lieber dieses SPICE-Protokoll. So, füge ich auch noch hinzu. Dann kann ich hier, poppte einmal kurz auf. Ich kann das auch noch über ein Passwort schützen. Ansonsten kann eben, ja, auf dem WEM-System wahrscheinlich jeder und im Netzwerk vielleicht auch jeder darauf zugreifen. Und das ist mir egal. Und ich kann wahrscheinlich auch irgendwie 3D-Beschleunigung aktivieren. Damit ich jetzt auch noch Maus und Tastatur reinkriege, muss ich die auch noch emulieren. Ich füge jetzt auch noch eine Eingabe hinzu. Ein Grafiktablett. USB-Maus habe ich auch ausprobiert. Das funktionierte nicht. Da ist der Mauszeiger gehüpft. Mit dem Grafiktablett ist mir das nicht passiert. Also emuliere ich jetzt hier auch wieder so ein Grafiktablett. Und dann sage ich hier auch noch mal eine weitere Eingabe. Und ich möchte eine USB-Tastatur haben. So. Ich glaube, das System hat jetzt vergessen, dass ich genau eigentlich ein ISO eingelegt hatte. Das wurde jetzt ausgeworfen. Muss ich jetzt noch mal wieder neu einlegen. So. Und jetzt gehe ich da einmal rüber. Und jetzt probiere ich das an. Ich schalte das jetzt an. Mal gucken. Na. Ja. Oder soll man das jetzt sagen, dass vielleicht die Boot-Reihenfolge noch... Ah ja. Genau. So. Die Boot-Reihenfolge hat sich leider auch wieder geändert. Mein SCSI CD-ROM, was emuliert wird, ist gar nicht mehr in der Boot-Liste drin. So. Das möchte ich jetzt auch, dass es davon gebootet wird. Also von daher verstehe ich diese... Von daher verstehe ich diese Frage, was in diesem Konfigurations-Dialog da kam als letzte Frage mit, soll das konfiguriert werden, bevor es gestartet wird. Der hat ja nicht funktioniert. Und da, ja, das funktioniert eben bloß einmal mit dem Booten vom ISO und dann sind die Optionen wieder raus. Finde ich irgendwie blöd. So, irgendwie hat das jetzt nicht funktioniert. Darum habe ich jetzt wieder eine serielle Konsole hinzugefügt. Also hier ein Gerät hinzufügen und hier seriell da und dann einfach hinzugefügt. Jetzt habe ich wieder so eine Textmodus-Konsole und dann läuft das Ganze auch wieder, wenn ich hier jetzt sage Anzeigen und Consoles und Serial 1. Und dann habe ich wiederum meinen Textmodus-Seriellen-Installer. Ja, das ist wieder genauso wie vorher, bloß, dass die File-Tasten auch gar nicht funktionieren. So, mal gucken, geht das jetzt? Ja, jetzt geht es. Jetzt habe ich hier meinen Textmodus-Installer. Ich werde das jetzt einfach mal so durchinstallieren und dann gucken, wenn das System installiert ist in der virtuellen Maschine, ob ich dann den Grafikmodus für, ja, für, keine Ahnung, Mate-Desktop oder so aktiviert kriege. Ich meine, C war hier die bessere Variante, denn dann kann ich auch noch auswählen, in welcher Region ich mich befinde und wo. Ja, in welchem Land ich mich befinde. Der Installer wird jetzt nicht angepasst. Er bleibt weiterhin bei dem Englischen. Und an diesen Grafikfehlern, das ist eben die serielle Konsole. Ja, genau. Also wie man es von so einem normalen Installer bei Debian auch kennt, werden jetzt noch Modulen nachgeladen, die zum Partitionieren, Formatieren da sind. Vielleicht noch irgendwelche Treiber, Netzwerk, dies, jenes und welches. Und wir befinden uns jetzt eben in der virtuellen Maschine. Das Ganze ist von dem ISO gebootet. Das ist der Debian-Installer. Jetzt in einer abgespeckten Version für die serielle Konsole. Ja, jetzt hat er sich über IPv4 schon, nein, jetzt holt er sich jetzt seine IP-Adresse. Das ist eben dieses NAT-Netzwerk, das interne. So, jetzt kann ich den Host-Namen angeben, wie mein System heißen soll. Domain-Namen habe ich keinen. Dann möchte ich ein Passwort vergeben. Und das Ganze eben nochmal. Dann einen neuen Benutzer. Heißt mal wieder Test. Für meinen Tests. Sicheres Passwort. Gleich zweimal. Jetzt holt er sich die Systemzeit von einem NTP-Server. Ja, und dann das Partitionieren. Das kann ich mir jetzt auswählen, wie ich das haben möchte. Ich möchte wiederum die ganze virtuelle Festplatte verwenden, also nämlich das erste. Ich habe bloß ein Gerät, von daher, nee, nicht go back, sondern exakt das hier. Das ist genauso wie bei VirtualBox letztendlich. Und ein einfaches Partitionierungs-Layout. Also Daten, Betriebssystem auf eine Partition. Und nicht irgendwie aufteilen, wie hier. Und ja, jetzt werden diese Partitionen erstellt. Oder nein, jetzt kriege ich nochmal eine Übersicht, wie das Ganze nachher wirklich aussehen wird. Also wir haben hier so eine EFI-Partition. Dann haben wir die Partitionen für Betriebssystem und Daten. Und noch ein Gigabyte-Swap. Und ja, das ist insofern auch okay. So, Änderung. Schreiben. Ja, wirklich schreiben. Daten können verloren gehen oder gehen sie auf jeden Fall. Da aber noch keine Daten da sind, ist das jetzt nun kein großartiger Beinbruch. Ja, jetzt wird das Basissystem installiert. Ja, Pakete nachinstalliert. Entpackt. Eingerichtet. Und das geht eben auch sehr zügig. Also dank SSD in diesem Fall. Ansonsten ist das wirklich quälend langsam. Sonst kann man vielleicht mit einer halben Stunde für diesen Punkt irgendwie rechnen. Und so geht das halt extrem schnell. Ja, auf so einem richtigen Server, so ein 64-Bit-PC würde das natürlich deutlich schneller gehen alles. Aber dafür, dass es ja eigentlich bloß so ein Mini-Computer ist, in der Tastatur eingebaut, finde ich, ist das eigentlich erstaunlich schnell. Ja, der Kernel wurde entpackt und jetzt noch konfiguriert. Und ich mache mal hier die Wärmeprobe unter dem Pi 400. Also ich habe jetzt meine Hand da drunter. Und ja, das ist jetzt nicht wirklich warm. Also der macht so gut wie keine Abwärme. Und das Gerät ist halt passiv gekühlt. Da ist kein Lüfter drin, macht also auch keinen Lärm. Ja, schon gar nicht schlecht. So, das war jetzt quasi die Standard-Installation, diese minimale Installation. Wenn ich jetzt noch ein weiteres ISO hätte, was ich nachschieben möchte, könnte ich das jetzt hier machen. Aber das möchte ich gar nicht. So, mal gucken, habe ich wieder. Ja, genau. Ich habe kein zusätzliches Medium. Ich möchte stattdessen meine Pakete aus dem Internet herunterladen. Und ja, kann ich mir einen Server auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Das ist, glaube ich, so ein Mirror oder so ein Load Balancer hinter, der mir denn was Sinnvolles zuweist. Ja, jetzt werden die Pakete, also die Paketlisten runtergeladen, was es auf dem jeweiligen Mirror so alles gibt. Ja, der immer wieder auftauchende Popularity-Contest, der dem Debian-Projekt hilft, dass Pakete, die auf jeden Systemen standardmäßig installiert werden, dass die dann halt beliebt sind und eben auf die erste CD oder DVD denn draufgepackt werden, dass man, ja, für häufige, also für häufige Konfigurationen immer bloß die erste CD oder DVD braucht. Und nein, ich möchte daran nicht teilnehmen. Ja, also für den Zweck lohnt sich das jetzt wirklich nicht. So, jetzt haben wir gleich Task Sale. Da kann ich mir jetzt noch aussuchen, was ich dort zusätzlich zu dieser Grundkonfiguration installieren möchte. Also ich möchte, ja, ein SSH-Server, ist immer praktisch, dass der mit installiert wird und auch gleich läuft. Dann möchte ich diese Standard-System-Werkzeuge auch. Und jetzt kann ich mir eben noch einen Desktop dazu installieren. Das mache ich mal. Ich nehme jetzt so einen Mate-Desktop und, ja, Debian-Desktop-Environment nehme ich auch noch mit. So, continue. Jetzt, ja, 1015 Pakete braucht er jetzt noch, muss er noch runterladen. Aber das geht ja auch relativ zügig. Wiederum SSD extern, total super. Ansonsten das auf eine SD-Karte schreiben, diese ganzen Pakete erst mal runterladen und dann nachher entpacken und so. Das ist eine Quälerei. So, die Pakete sind jetzt alle runtergeladen und jetzt geht es eben ans Auspacken. Also, dass die Dateien, die in diesem Paket jeweils drin sind, ins Dateisystem entpackt werden. Und dann laufen halt noch Skripte drüber, die Dinge einrichten und machen und tun. Und das läuft jetzt. Und das dauert halt ein bisschen. So, genau, genau rechtzeitig wieder zurück. Da sind jetzt ungefähr 11 Minuten vergangen für die Installation von den zusätzlichen Paketen. und ich habe mir die Zeit genutzt, um mir einen Tee zu machen. Der Jahreszeit angepasst. Jetzt auch mit Wichtel. So, Bootloader nachinstallieren und konfigurieren, damit das System nachher auch von der virtuellen SSD, von der virtuellen Festplatte hochfährt. So, Tastatur wieder ausfahren. Und mal gucken. Ist es gleich grafisch, wenn es hochfährt? Ja oder nein? Ich bin im Moment noch skeptisch. Aber wenn ich mich jetzt richtig erinnere, in meinen ganzen Tests, also ich habe das vielleicht zwei, dreimal durchgespielt mit verschiedenen Parametern bei dem Wirtmanager. Und den grafischen Debian-Installer habe ich wirklich nie gesehen. Also von daher kann das alles noch genau richtig sein. So, das Medium wird jetzt vielleicht ausgeworfen. Mal gucken, ob er jetzt von der virtuellen Festplatte hochfährt. Ansonsten muss ich gleich nochmal was umkonfigurieren. Ja, okay. Wir sind wieder bei dem Installer. Also das, was ich da eingestellt habe, in diesem Konfigurationsmenü hier unter Bootoptionen, Bootoptionen auf Deutsch sogar, da muss ich das CD-ROM-Laufwerk wieder rausnehmen oder könnte ich als Priorität nach unten schicken. Aber das möchte ich gar nicht so anwenden. Und mal gucken, wie es jetzt ist. Jetzt haben wir hier wiederum die serielle Konsole erst mal. Ich probiere mal die grafische, ob da sich schon was tut. Blinken ist schon mal gut. Das habe ich schon mal gesehen, dass es blinkt. Und, da habe ich mich verklickt hier. Nee, grafische Konsole. So. Ich hätte gerne noch mehr als blinken können. Ah, okay. Laden wir einmal kurz hier die Textkonsole, den Login. Und, hey. Also, so. Und jetzt kann ich auch noch die Auflösung anpassen von meinem Fenster. Und jetzt habe ich hier drin mein Debian 11. als ARM64-Version in KVM mit dem Lite-DM als Login-Manager. So. Wenn ich mich jetzt einmal... Mal, muss ich einmal hinklicken, oder? Ja. Kann ich mich jetzt anmelden. Login. Login in Findout. Jetzt habe ich hier meinen Mate-Desktop. Und das ist jetzt auch nicht langsam. So. Und wenn ich jetzt hier mal gucke. Was habe ich so? Ich habe ein Firefox drin. Ich habe hier ein LibreOffice. Und, so. Dann auch noch mal gucken, was ich da jetzt wirklich habe. Dass es auch wirklich so ist, wie ich es erzähle. Unahme minus ARM. Und da habe ich jetzt hier wiederum hier dieses ARM64 auf einem Debian mit dem Kernel hier. Wenn ich jetzt hier nochmal gucke. ETC Issue. Da steht eben drin, was für ein Betriebssystem drin ist. Das ist jetzt auch mein Debian 11. In der virtuellen Maschine. Das auf einem Raspberry Pi 4. 400. P400. Das ist da jetzt drin. So. Und jetzt starte ich mal LibreOffice. Ist ja, naja, immer relativ gesehen heutzutage nun nicht mehr so das mega krasse Programm, was viel Ressourcen braucht. Aber ich starte das jetzt. Also, ne? Es ist, es ist jetzt schon da. Ich kann es benutzen. Also, ich habe jetzt zwei hier. Ach ne, ich habe sogar eine deutsche Tastatur. Ich weiß jetzt nicht, wie ich dazu jetzt gekommen bin, aber ich habe, ich habe sogar eine deutsche Tastatur. Ich habe da LibreOffice drin, in der Virtualisierung. So, und, ne, möchte ich nicht. Und, ah, okay. Okay. Ach so, ja, okay. Also, ich habe jetzt hier quasi zwei Mauszeiger. Der weiße ist der von dem Mate Desktop, der, der direkt in der VM ist. Und der andere ist denn wohl der von meinem, also von dem System, was von dem Manjaro kommt oder so. Wenn der jetzt hier so hängen bleibt, dann hat es den hier, wenn ich da, jetzt sieht man es nicht mehr. So. Dann nochmal hier Firefox. in der ARM64-Version wiederum hier drin. So, jetzt gucke ich mal hier. So, jetzt gucke ich auf meine Projektseite zu nicht der Weisheit, letzter Schluss. Ich kann das scrollen hier. Mit meinem Mausrad an der ganz normalen Maus funktioniert. Ich kann mir auch, ja, das angucken. Wenn ich jetzt von dem DevTube einfach mal mir das Video angucken möchte, mal gucken. Sollte auch gehen. Das dauert ein bisschen. Da wird der Nachschlag noch viel länger. Ja, so. Also, also, das geht auch, ne? Also, ich kann hier nochmal Vollbild machen. Also, flüssig ist es natürlich nicht. Huch. Ach so, das war vielleicht hier Umstellung von von der Auflösung oder so, dass es jetzt Full HD ist. Das dürfte natürlich, ah ja, Ja, das ist vielleicht ein bisschen viel. Man muss ja nicht übertreiben. Aber wenn ich jetzt mal so nehme, dann ja, ja, das ist natürlich, ja, 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 man muss sich halt überlegen, was das halt macht, ne? Also, ich bin auf diesem P400, dann habe ich da eine Virtualisierung drin, da ist ein Libyan 11 drin, und da drin spiele ich jetzt noch ein Video ab. Das finde ich erstaunlich. Also, wirklich erstaunlich, dass das in dieser Geschwindigkeit da drauf halt eben läuft. Ja. Ja, ja, das wäre jetzt dieses eine, was ich dieses Mal zeigen wollte, dass das überhaupt geht. Also, wenn ihr das quasi nachbauen möchtet, könnt ihr das halt so machen, nehmt das halt als Anleitung, wie das halt funktioniert. Und, ja, spielt damit mal ein bisschen rum, wenn euch das interessiert. Also, es ist, ich mache diesen Computer-Krempel jetzt ja auch noch nicht seit gestern. Von daher gibt es eigentlich wenig, was mich jetzt noch großartig erstaunen kann. Aber das hier finde ich jetzt wirklich erstaunlich für die, für die Hardware, die da drin steckt und dass es halt so gut funktioniert. Ja, also von daher probiert es aus, lasst es bleiben. Ja, ich mache an dieser Stelle jetzt doch wirklich einen Schnitt und die anderen Punkte, die ich eigentlich noch vorhatte, die verschiebe ich in zweites Video. Ja, ich mache jetzt wirklich einen Schnitt dabei und das andere, was ich noch vorhatte, verschiebe ich in ein zweites Video. Das wird sonst zu lang und genau. Also, wenn ihr euch das interessiert hat, probiert das einfach mal aus, lasst es bleiben, je nachdem, wie ihr möchtet, macht das anders oder nicht, guckt euch das an, was ich da so gemacht habe in meinen Folien und mit den Skripten und ja, viel Spaß beim Ausprobieren, Abonnieren, Glocke drücken, was auch immer und ja, bis demnächst und tschüss. Bis zum nächsten Mal.